Ihr habt uns viele Fragen gestellt, wie denn Adolf Hitler zu dem Diktator und Kriegsverbrecher geworden ist, der er war. Wie erlebt er den Ersten Weltkrieg? Und wie wird aus dem einfachen Soldaten einer der einflussreichsten Politiker des Landes? Darum geht's in diesem Video. Los geht's. Im ersten Teil dieser Serie zum Leben von Adolf Hitler haben wir uns angeschaut, wie aus dem Jungen ein junger Mann wird, der im Leben wenig zustande bringt, bis er als Soldat in den Ersten Weltkrieg zieht. Und wir haben erfahren, dass Adolf Hitler später, wenn er über diese Lebensjahre schreibt und spricht, immer wieder lügt, damit er anders, besser dasteht, als es in Wirklichkeit gewesen ist. Das Video findet ihr oben nochmal auf dem i verlinkt. In diesem Video hier steigen wir im Jahr 1914 ein. Hitler wird als Meldegänger in Belgien an der Westfront eingesetzt. Das bedeutet, er übermittelt Befehle von einem Ort zum anderen. Eine gefährliche Tätigkeit. Aber zumindest muss Hitler nicht ständig im Graben sitzen und ist einige Kilometer von der Hauptkampflinie entfernt. Hitler scheint in der Armee das Gefühl gefunden zu haben, nachdem er sich lange gesehnt hat. Er hat eine sinnvolle Aufgabe. Er findet Kameradschaft. Auch wenn er letztendlich immer ein Außenseiter bleibt. Hitler tut als Soldat seine Pflicht und verhält sich nachweislich tapfer. Er wird zweimal verwundet und für seine Leistungen im Krieg mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse geehrt. Eine Auszeichnung, die für seinen Dienstgrad sehr selten ist. Im Oktober 1918 wird Hitler durch einen britischen Senfgasangriff verwundet und erblindet für einige Zeit. Er kommt in ein Lazarett im heutigen Mecklenburg-Vorpommern. Dort erlebt er auch das Kriegsende. Als der Weltkrieg endet, zerbricht für Hitler in mehrerer Hinsicht eine Welt. Das Deutsche Kaiserreich ist Geschichte. Die Armee ist alles, was Hitler noch hat. Aber die muss nach dem Willen der Siegermächte erheblich reduziert werden. Hitler will auf gar keinen Fall aus seiner Einheit in München entlassen werden. Verständlich, denn Hitler hat keine Familie, keine Freunde und vor allem auch keinen Beruf, zu dem er zurückkehren könnte. Ihm droht die Obdachlosigkeit, wenn er seine Stellung verliert. In dieser Zeit beginnt Hitler mit seinen 30 Jahren erst relativ spät, sich erstmals wirklich politisch zu betätigen. Aber natürlich ist es nicht wirklich so, als trete er plötzlich selbstbewusst in die Weltgeschichte ein. Auch wenn er das später gerne so darstellt. Sondern auch das läuft ganz anders ab. Die Situation in Deutschland ist damals sehr kompliziert. Falls ihr dazu mehr wissen wollt, dann schaut gerne oben auf dem i vorbei. Hier versuchen wir, sie nur ganz kurz und sehr vereinfacht darzustellen. In November 1918 kommt es zur Revolution und das Kaiserreich endet. Zwei große Lager ringen um die Macht. Einmal die Parteien und Politiker, die eine parlamentarische Demokratie errichten wollen. Und zum anderen die Kräfte, die ein kommunistisches System errichten wollen. Teile der Armee unterstützen die Kommunisten und gründen Soldatenräte. Um die kommunistische Revolution zu verhindern, bilden die Anhänger der parlamentarischen Demokratie Zusammenschlüsse mit Gruppen von ausgemusterten Soldaten. Sozusagen Privatarmeen. Sogenannte Freikorps. Das sind sicher nicht alles lupenreine Demokraten. Ganz im Gegenteil. Viele Freikorps sind sogar rechtsextrem und rückwärtsgewandt, wollen mit Demokratie gar nichts am Hut haben. Bei den Kämpfen dieser Einheiten mit den kommunistischen Soldatenräten, vor allem im Frühjahr 1919, sterben hunderte Menschen. Auch in Bayern wird es gewalttätig. Und genau dort ist Hitlers Armee-Einheit stationiert. Und dort, genauer gesagt in München, leistet er Dienst. Für Hitler ist die Lage nicht einfach. Er will auf jeden Fall in der Armee bleiben. Und deshalb arbeitet er immer für diejenige Seite, die den Ton angibt. Im Zweifel sogar für die Kommunisten, die im April 1919 die Oberhand gewinnen. Sie rufen die sogenannte Münchner Räterepublik aus. Also eine Regierung, die sich nicht auf eine Mehrheit im Parlament stützt, sondern von sozialistischen Soldatenräten getragen wird. Hitlers Einheit untersteht diese Regierung. Und Hitler lässt sich in den Soldatenrat seiner Einheit wählen. Und das, obwohl er sicher kein Kommunist ist. Aber das Blatt wendet sich wieder. Die Einheiten der Reichswehr und Freikorps schlagen die Münchner Räterepublik nieder. München wird zum Zentrum eines völkischen, rechtsextremen Milieus. Und Hitler? Er dient sich nun den neuen Machthabern an. Wie ist das zu deuten? Ich denke mal, Hitler wusste nicht, wohin er sollte. Er hatte damals keine feste soziale Bezugsgruppe und wohl auch noch kein festgefügtes Weltbild. So versucht er, sich jeder Situation anzupassen. Zu seinem eigenen Besten. Trotz all der Unsicherheit ist es auch eine spannende Zeit, weil irgendwie alles möglich scheint. Halt und Orientierung gibt Hitler dann wieder die Reichswehr, also die staatliche Armee. Die Armeeführung möchte verhindern, dass sich Soldaten ein weiteres Mal gegen die Offiziere stellen. Wie zum Ende des Kriegs. Deshalb gründet sie Propagandaabteilungen. Vereinfacht gesagt haben die zwei Aufgaben. Erstens, die Kameraden ausschnüffeln, ob jemand vielleicht Kommunist ist. Und zweitens, sollen sie die Soldaten auch ideologisch auf eine nationalistische Linie bringen. In eine solche Einheit kommt auch Adolf Hitler. Und das genau ist die Zeit, in der Hitler wirklich in Richtung Politik startet. Über Jahre hat er sich Meinungen angelesen. Antisemitische, völkische, nationale, antidemokratische, antikommunistische und so weiter. Die Propagandaausbildung der Armee führt jetzt dazu, dass Hitler sich aus seinen eher lose verbundenen Überzeugungen eine verschwörungsideologische Grundlage für seine Weltsicht zusammenbildet. Die Schuld an all dem angeblichen Leid und Unrecht zu der Zeit gibt er den Juden. Auf der einen Seite macht Hitler die Juden im kapitalistischen Westen für den Weltkrieg verantwortlich. Auf der anderen Seite später auch für die kommunistische Revolution in Russland. Hitler begreift das Judentum nicht als Religionsgemeinschaft, sondern als eine ethnische Rasse. Sehr schnell verfestigt sich jetzt sein Weltbild und er versenkt sich völlig hinein. Eine klassische Verschwörungserzählung. Wenn man sich sein Weltbild aus willkürlichen Versatzstücken selbst zusammenbastelt, dann gibt es viele Aha-Erlebnisse. Es macht einen stolz, wenn man plötzlich scheinbar als Einziger die Wirklichkeit erkennt. Man nimmt für sich in Anspruch, mehr und besser Bescheid zu wissen als andere. Weshalb man sich mitteilen und eine führende Rolle übernehmen möchte. Bei Hitler war alles da. Und in den Wirren nach dem Weltkrieg, im Sommer und Herbst 1919, da fügen sich die Puzzleteile zusammen. Hitler lernt in seiner Ausbildung zu Propagandisten, wie man politisch überzeugend argumentiert. Dort wird auch zum ersten Mal sein großes Redetalent entdeckt. Er ist Kriegsteilnehmer, der verwundet und für seine Tapferkeit ausgezeichnet wurde. Der aber auch entwurzelt ist, wie viele seiner Generationen. Das macht ihn aus Sicht der Armeeführung glaubwürdig. In den kommenden Jahren setzt Hitler auf dieses Redetalent. Dabei legt er immer Wert darauf, live vor Publikum zu sprechen. Stundenlang, ohne Mikrofon. Und der gestikuliert auch nicht viel herum. Diese Bilder, die später entstehen, sind im Studio gemacht. In Wirklichkeit hat Hitler sich auf seine Stimme verlassen. Aber da zieht er alle Register. Er schmeichelt leise. Er setzt ironische Pointen. Er steigert sich bis zur Raserei, um dann pathetisch zu enden. Wir kennen heute nur die Ton- und Filmaufnahmen. Heute wirkt das sonderbar. Damals aber trifft Hitler genau den Nerv des Publikums. Er wirkt authentisch. Und so spricht er bald vor Tausenden in großen Hallen. Für wen tritt er dort auf? In München tummeln sich in der Zeit nach Kriegsende alle möglichen rechten, rechtsextremen, antisemitischen und antidemokratischen Gruppen und Parteien. Eine ist die Deutsche Arbeiterpartei. Hitler wird im Herbst 1919 Mitglied und steigt schnell auf. Er ist auch an der Umbenennung in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP, im Februar 1920 beteiligt. Und Hitler wird schnell der Hauptredner, der Chefpropagandist der Partei. Da macht es auch nichts aus, dass er aus der Reichswehr entlassen wird. Das, was er so lange verhindern wollte, nimmt er jetzt an. Weil Hitler wieder einen Platz für sich in der Gesellschaft gefunden hat. Er hat jetzt eine Aufgabe und ein Auskommen. Hitler wird innerhalb eines Jahres, bis zum Sommer 1921, der bestimmende Mann in der NSDAP. Er reklamiert für sich den Begriff Führer, um seine Rolle zu beschreiben. Ein mit besonderen Fähigkeiten ausgestatteter, unumstrittener und allein entscheidender Anführer will er sein. Ein Diktator. Er will nicht diskutieren, sondern dozieren. Kraft seiner Redegabe, die Leute richtiggehend überwältigen. Deshalb spricht er auch lange, fast bis die Sperrstunde anfängt und die Zuhörer nach Hause gehen müssen. Er will nicht, dass jemand auf seine Reden antworten und vielleicht seine Argumente entkräften könnte. Hitlers politisches Vorbild wird bald der italienische Faschistenführer Benito Mussolini, der es 1922 mit seinen paramilitärischen Truppen geschafft hatte, die Macht in Italien an sich zu bringen. Für Hitler eine Blaupause, also ein Vorbild. Auch Hitler schafft sich eine eigene Parteiarmee, die Sturmabteilung SA. Mehr als 1000 Mann sichern Veranstaltungen und liefern sich vor allem mit den Kommunisten regelrechte Saal- und Straßenschlachten. Die NSDAP hat damals insgesamt etwa 20.000 Mitglieder, vor allem in Bayern. Hitler vertritt öffentlich einen radikalen Antisemitismus. Er verbreitet die Dolchstoßlegende, also die Behauptung, dass die demokratischen Parteien Deutschlands Niederlage durch Verrat verschuldet hätten. Er verurteilt den Versailler Vertrag und er warnt vor der Gefahr eines angeblichen kommunistischen Umsturzes. Dieser Umsturz scheint damals vielen durchaus möglich. Denn im Jahr 1923 ist die wirtschaftliche Lage Deutschlands katastrophal. Die Reparationszahlungen führen dazu, dass der Staat praktisch pleite geht. Französische und belgische Soldaten besetzen wegen ausbleibender Zahlungen das Ruhrgebiet und die deutsche Regierung ruft als Protest einen Streik aus. In der Folge all dieser Ereignisse steigt die Inflationsrate gigantisch an. Im Sommer 1923 kostet ein Ei 800 Mark. Ein halbes Jahr später sind es schon 320 Milliarden Mark. In Bayern spitzt sich die politische Situation zu. Unter Gustav Ritter von K. etabliert sich eine autoritäre Regierung, die die deutsche Reichsregierung in Berlin absetzen will. Das entspricht zwar grundsätzlich auch den Plänen Hitlers, aber der will natürlich selbst an die Macht kommen und hat Angst, von anderen ausgestochen zu werden. Also plant er gemeinsam mit dem Weltkriegsgeneral Erich Ludendorff einen Putsch. Am 8. November 1923 kapert er mit Unterstützung seiner bewaffneten Anhänger eine Veranstaltung Kahrs, ruft eine nationale Revolution aus, erklärt die Reichsregierung für abgesetzt und sich selbst zum neuen Machthaber über ganz Deutschland. Kahr und seine Leute versprechen mitzumachen. Als Hitler den Saal verlässt, ziehen sie ihre Unterstützung aber sofort zurück. Damit ist der Putsch praktisch schon gescheitert. Hitler erkennt das und will versuchen, in Bayern die Macht zu übernehmen, um von da aus dann weiterzuputschen, in ganz Deutschland. Mit mindestens 2000 Getreuen marschiert er deshalb durch München. Aber die Polizei schießt den Aufstand nieder. Die NSDAP wird verboten. Hitler flieht und wird schließlich gefangen genommen. Ende Februar 1924 beginnt der Prozess. Hitler nutzt die Gelegenheit und stellt sich in seinen langen Verteidigungsreden als großen deutschen Patrioten dar, der nur das Beste für das Volk wolle. Am Ende wird er zur Mindeststrafe von nur fünf Jahren Festungshaft verurteilt, von denen er unter sehr angenehmen Bedingungen nur knapp neun Monate absitzt. Eigentlich hätte Hitler ausgewiesen werden müssen, weil er keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Aber die Justiz deckt den rechtsradikalen Politiker. Und so bekommt Hitler eine regelrechte Bühne, um sich in ganz Deutschland bekannt zu machen. Hitler steigt zu der wichtigen Figur im rechtsextremen politischen Spektrum auf. Er ist jetzt ein Begriff. Seine Haft nutzt er, um das Buch Mein Kampf zu schreiben oder schreiben zu lassen. Er diktiert es. Im Dezember 1924 kommt Hitler frei und ändert seinen Plan. Nach dem gescheiterten Putsch will er die Macht künftig mit legalen Mitteln erlangen und vor allem gegen den Kommunismus kämpfen. Nachdem die bayerische Regierung das Verbot der NSDAP wieder aufhebt, baut Hitler seine Partei neu auf. Zunächst schneidet er bei Wahlen aber sehr schlecht ab. Die Zeiten haben sich gewandelt und die Weimarer Republik hat sich stabilisiert. Man spricht von den goldenen 20er Jahren. Hitlers neue politische Strategie scheint zunächst zu scheitern. Aber unter der Oberfläche bleiben die politischen Verhältnisse schwierig. Der Reichspräsident Paul von Hindenburg, ehemaliger Generalfeldmarschall im Weltkrieg, ist ein erklärter Antidemokrat. Als die Reichsregierung der demokratischen Parteien bei einer weiteren großen Wirtschaftskrise im Jahr 1930 zerbricht, verlieren diese demokratischen Parteien bei den Wahlen ihre Mehrheit. Hitlers NSDAP steigt von 2,6 auf 18,3 Prozent. Spätestens ab diesem Zeitpunkt ist Hitler im propagandistischen Dauereinsatz. Die Propaganda ist auf ihn zugeschnitten. Über 100 Tage im Jahr spricht er auf großen Veranstaltungen im ganzen Land. Jetzt gewinnt die NSDAP Anhänger. 800.000 Menschen sind Anfang der 1930er Jahre Mitglied. Als Hitler aber im Frühjahr 1932 bei der Wahl zum Reichspräsidenten antritt, unterliegt er dem Amtsinhaber Hindenburg klar. Weil sie Hitler zunehmend als Bedrohung wahrnehmen, unterstützen sogar die demokratischen Parteien den Exgeneral. Aber bei der Reichstagswahl im Juni 1932 begünstigen zwei Umstände die Hitlerpartei. Erstens. Die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise verdarmen weiter Millionen Deutsche zur Arbeitslosigkeit. Der NSDAP-Slogan Arbeit und Brot zieht da. Zweitens. Die SA führt mit den paramilitärischen Verbänden der Kommunisten einen regelrechten Bürgerkrieg auf den Straßen. Dieser Zustand der Unsicherheit und die Angst vor dem Kommunismus treibt ebenfalls viele zu den Nationalsozialisten. Hitler gibt sich dagegen weniger aggressiv und verschleiert zudem seine wahren Ziele. Nämlich die Errichtung einer Diktatur. Einen neuen Eroberungskrieg und die Vernichtung der Juden. Mit 37,3 Prozent wird die NSDAP im Sommer 32 stärkste Partei. Aber die Stimmenverteilung macht eine Regierungsbildung unmöglich. Zu unterschiedlich sind die Interessen im Reichstag. Aber man muss dazu sagen, das ist nichts Neues. Schon seit 1930 regieren die sogenannten Präsidialkabinette ohne Mehrheit im Parlament und nur über eine Notverordnung durch den Reichspräsidenten. Schon im November 1932 wird erneut gewählt und Hitler verliert zwei Millionen Stimmen. Die NSDAP bleibt zwar stärkste Kraft, aber Hitler bekommt ein Problem. Manche in der NSDAP fordern ein antidemokratisches Bündnis. Gemeinsam mit der KPD, der Kommunistischen Partei, um wenigstens irgendetwas durchzusetzen. Denn das darf man nicht vergessen, bei allen Wahlerfolgen hat die NSDAP keine Macht. Hitler schafft es aber, den Streit in der Partei beizulegen. Gleichzeitig überreden die Berater Hindenburgs den Präsidenten, Hitler zum Reichskanzler zu machen. Nationalkonservative Politiker, auch der frühere Regierungschef Franz von Papen, sollen Ämter übernehmen und die Nationalsozialisten kontrollieren. Sie glauben, mit ihrer Erfahrung können sie Hitler und Co. zähmen und sich die Nazis nutzbar machen. So wird Hitler am 30. Januar 1933 tatsächlich zum Reichskanzler ernannt. Wieder mal verbinden die Nationalsozialisten damit eine Lüge. Sie sprechen von Machtergreifung. Aber davon kann gar keine Rede sein. Hitler bekommt die Macht von antidemokratischen und national-konservativen Politikern, die ihn für ihre eigenen Ziele benutzen wollen. Doch sie unterschätzen, wie hart und skrupellos die Nationalsozialisten handeln und sich die Macht auf Dauer sichern. Wie Hitler schließlich Diktator wird und was seine Herrschaft für ihn als Person bedeutet, darum geht es dann im dritten Teil dieser Miniserie. Jetzt interessiert mich aber zunächst mal, was ihr über diesen Lebensabschnitt Adolf Hitlers denkt. Schreibt es gerne unten in die Kommentare und bitte bleibt wie immer sachlich. In dem hier findet ihr den ersten Teil der Serie, wenn ihr den noch nicht gesehen habt und darunter den ZDF-Schwerpunkt zu 90 Jahren Machtübernahme. Auch da sehr gerne mal reinschauen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.